Musik Herzlich Willkommen zu diesem Video, zu dieser Videoreihe natürlich, bei der ich dir nötige Erkenntnisse zu einer Textverarbeitung hier Wörth 2016 zeigen möchte, die du eben benötigst, um eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VBA, eine Diplomarbeit oder eine Seminararbeit zu schreiben. In diesem siebten Video geht es darum, dass ich zeigen möchte, wie man sogenannte Sonderzeichen oder auch Symbole einfügen kann. Ich wähle mir hier einen Platz aus, wo ich etwas einfügen möchte, eine beliebige Stelle im Dokument, gehe dann auf Einfügen und gehe hier auf die rechte Seite in dieser Registerkarte und habe hier dann die Möglichkeit, auf Symbol zu klicken. Ich könnte hier zum Beispiel ein schon vorgegebenes Symbol verwenden, das nehmen wir denn hier zum Beispiel das Divisionszeichen. Wenn ich mit diesem hier Angebot dann nicht zufrieden bin, kann ich hier gehen auf weitere Symbole und es werden hier noch weitere eingeblendet. Ich kann hier aus einer großen Fülle von jeweils unterschriftlichen Schriftarten, kann ich mir die unterschiedlichsten Symbole, Sonderzeichen, mir dann aussuchen, die ich dann einfügen kann und die ich dann in meinem Text dann auch dementsprechend verwenden kann. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen, dann wird dieses Zeichen eingefügt, das jetzt den Kurs an einer anderen Stelle, hier zum Beispiel, nach dem Wort Liedern. Ich kann eine andere Schriftart mir dann aussuchen, was es da alles gibt. Ja, dann kann man dementsprechend dann die Zeichen, die Symbole aussuchen, die ich da möchte. Bei Sonderzeichen sind ein paar vorgegebene dann hier dann dabei. Zum Beispiel, was nehmen wir denn da ein Copyright-Zeichen? Dann kann man es hier ebenfalls dann einfügen. So, jetzt hast du dir angeschaut, wie man Sonderzeichen in ein Word-Dokument einfügen kann.